Tanzen lernen in Kaiserslautern. Du möchtest tänzerisch im Umkreis Kaiserslautern nach vorne kommen? Wunderbar, klasse, top, perfekt. Schön, dass du hier bei mir und bei diesem Video gelandet bist. Wunderschönen guten Tag, dir sehr gegrüßt. Hier grüßt dich Sean, Sean, Jerome, McRae. Es geht darum, dich tänzerisch nach vorne zu bekommen und da habe ich eine starke Empfehlung, und zwar die Empfehlung Lerne Tanzen über Tanzprivatstunden. Tanzprivatstunden am besten über mich vom ADTV, IHK, World Dance, und das ist die Privattanzelehrer. Wenn das Thema Tanzen lernen in deinen eigenen vier Wänden oder an einem anderen Wunschort für dich in Frage kommen, also Tanzprivatstunden für dich in Frage kommen, dann lass uns in Kontakt kommen über die 0176 840 44 661. Hier über das Telefonat klären wir beide dann miteinander, wie wir dich tänzerisch nach vorne bekommen und dein tänzerisches Glück hervorrufen. Lass uns telefonieren und starten dafür die Nummer, die 0176 840 44 661.